Der rätselhafteste Gefängnisausbruch der US-Geschichte ist immer noch ungelöst. Wir hatten mehr als 50 Jahre lang überhaupt keine Hinweise. Die Flucht von Alcatraz im Jahre 1962 führt zu einer gnadenlosen Menschenjagd. Der Ausbruch war beschämend für das FBI. Eine unschuldige Familie aus Florida gerät ins Fadenkreuz. Damals tauchte ständig das FBI bei uns auf. Sie haben unsere Telefone verbanzt. Es war grauenhaft. Bis sie schließlich ins selbstgewählte Exil geht. Jetzt sind die Englens bereit, ihre Geheimnisse zu lüften. Wir haben Beweise dafür, dass sie mindestens bis 1975 am Leben waren. Es wäre ein Segen, wenn dieser Fall gelöst würde. Sowas habe ich noch nie gesehen. Damit der Fall endlich zu den Akten gelegt werden kann. Wirklich unglaublich. Die Wahrheit wird die Leute schockieren. Die Wahrheit wird die Leute schockieren.